Golf Unlimited, der Name ist Programm. Hoteldirektorin Babette Kirchhoff vom frisch renovierten Sheraton Mallorca im Villenort Sonnwida präsentiert stolz ihr neues Schmuckkästchen. Nach den neun Monaten Schlegungszeit, die wir hatten, haben wir natürlich alle Installationen komplett neu renoviert. Aber das Wichtigste natürlich für unsere Gäste ist, dass alle Zimmer renoviert worden sind, alle Bäderzimmer neu gemacht worden sind. Und besonders wichtig in dem Fall ist für uns, dass wir jetzt diese klassischen Walk-in-Showers in allen Zimmern haben, dass man also wirklich ganz bequem morgens die Dusche nutzen kann. Wir haben ein superschönes neues Shine-Spa. Wir haben zwei neue Restaurants geschaffen mit verschiedenen Konzepten dahinter. Von daher ist das Produkt jetzt sehr viel kompakter und geeigneter für unsere Klientel geworden. Das wunderschön in die Natur eingebettete Anwesen wurde unlängst für einen zweistelligen Millionenbetrag höchst aufwendig renoviert. Hier können Sie Ihren Aufenthalt von der ersten Sekunde an in vollen Zügen genießen. Das Shine-Spa erstrahlt in neuem Glanz. Lassen Sie sich von dem vielfältigen Angebot hauseigener Anwendungen verwöhnen. Hier können Sie den Alltag perfekt hinter sich lassen, abschalten und bestens entspannen. Auch die komplett renovierten Zimmer lassen keine Wünsche offen. Wir sind das Golf-Inclusive-Hotel. Das heißt also, wir haben die Green Fee in der Zimmerrate enthalten. Und das bedeutet für uns, dass es wirklich ein absolutes Paket ist, was beinhaltet drei 18-Loch-Golfplätze, ein 9-Loch-Golfplatz, also insgesamt 63 Golflöcher, die man spielen kann. Wir haben einen Shuttle-Service, den wir den Gästen anbieten, der inklusive auch ist. Das heißt also, alle drei Plätze können jederzeit mit dem Shuttle-Service erreicht werden. Also wir haben eigentlich ein absolutes Rundum-Sorglos-Paket für den Golfer und die Golferinnen. Das Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel folgt weiterhin dem erfolgreichen und bei Hotelgästen aus aller Welt äußerst beliebten Konzept des Golf-Inclusive-Hotels. Ein unschlagbares Angebot, das die Green Fee's für die Arabella-Golfplätze Son Vida, Son Montaner, Son Kind sowie einen Pigeon-Pud-Kurzplatz direkt vor der Haustüre im Zimmerpreis enthält. Grenzenloses Golfspielen auf drei traumhaften, international renommierten Plätzen. Golfer Herz, was willst du mehr? Perfekt natürlich nach einem Golftag ist, danach das Spa zu benutzen, in die Sauna zu gehen, sich zu entspannen. Natürlich dann auch die speziellen Golf-Treatments, die wir entwickelt haben, ob es jetzt Sportmassagen sind oder auch Facials oder was auch immer, kann man natürlich dann auch sehr, sehr gerne nutzen, um so richtig zu relaxen und wieder fit zu sein für den nächsten Tag. Durch die zwei Restaurants, die sehr, sehr unterschiedliche Konzepte haben, unter anderem die Boldega, die so ein richtiges, klassisches Tapas-Restaurant ist, was unsere Gäste sehr, sehr gerne mögen, hat er natürlich die Möglichkeit, auf jeden Fall bei uns im Haus abends natürlich seine Abende auch zu verbringen. Wir arbeiten sehr, sehr nahe auch mit dem Castillo zusammen, auch mit den Restaurants im Castillo. Das heißt also auch hier in der direkten Nähe nochmal zwei verschiedene Restaurants, die er nutzen kann. Und was sich selbstverständlich anbietet, wenn man in Mallorca ist, ist es auch einen Abend in der Altstadt in Palma zu verbringen. Das neu renovierte Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel bietet ein wahres Rundum-Wohlfühl-Paket. Bilek ist ein wahres Paradies für alle Freunde des Golfsports. Insgesamt 16 Golfplätze finden sich entlang der türkischen Riviera, der Max Royale ist zweifellos das Kronjuwiel. Den Platz hat der britische Ryder Cup-Held Colin Montgomery designt. Sein Anspruch war, es das Beste aus aller Welt zusammenzufügen. So finden sich hier bei uns Löcher, die denen in Pine Valley, Orgasta oder auch von anderen Weltkriegen.